Die DSG-Software hast du auch anpassen lassen oder S-Tronic? Das ist bei AGE einfach mit dabei. Aber die schaltet ja schon viel schneller. Die schaltet etwa die Hälfte, also reduziert die Schaltzeiten um die Hälfte. Ist das der Reifen, der links hinten stand? Ich hatte mich oben gerade gefunden. Das Geräusche habe ich heute noch gar nicht gehört. Normalerweise schleift er eigentlich nicht. Das Geräusche. Das Geräusche. Das Geräusche. Das Geräusche. Das war dann gleich auch keine zweite Gute mehr. Das Geräusche. Funktioniert schon irre gut, das Aufwachen. Ja? Funktioniert schon irre gut, das Aufwachen. Ja, funktioniert richtig gut. Und jetzt fahre ich einfach vorsichtig, weil es macht kalt. Merkst du richtig, wie der Reifen auch im Kurvenausgang, wenn du noch ein bisschen Lenkwinkel hast, wieder dann noch so richtig schön rumzieht, obwohl du noch nicht durchs Eirat gehst. Ja, ja, genau. Das ist echt gut. Du hast manchmal das Gefühl, dass sich das kurven äußere Hinterrad wie in so einer Steilkurve am Stützen würde. Ja. Das ist auch ganz gut gehend hier mit seinem Kompi, ne? Kompi geht in 2 AS, ich glaube hier, das ist gut. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020